Maximilian! Alex! Was hättest du nicht tun dürfen? Er war ein guter Mann. Beschützen Sie mich vor Maximilian. Wenn es noch eine Gerechtigkeit gibt, möge das Schwarze Loch Ihr Grab werden. Schaff die junge Dame ins Hospital. Dann will er sich kurz an bitte. Ja, ich war sicher. Ich bin nichtverse. Ich bin nichtverse.